Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. Oh mein Gott, was ist denn das da unten? What the fuck? So, ähm, ich weiß nicht warum, aber ich will da unten hin. Gerade wo ich es gesehen habe. Wir sind immer noch in den Höhlen unterwegs, das wird sich wohl noch ein paar Folgen noch hinziehen. Denn, ich bin immer noch auf der Suche nach ein paar Dingen, die ich entdecken möchte. Falls ich die hier entdecken kann. Und, ich schaue mal, oder besser gesagt, wir schauen gemeinsam, wie lange wir noch dorthin brauchen. Aber mein Geruchssinn sagt mir wohl nicht mehr lange. Ansonsten müssen wir vielleicht irgendwann mal wieder die, äh, Ebenen switchen. Weil jetzt war ich nämlich eine sehr lange Zeit hier so auf diesem tiefsten Gebiet unterwegs. Und ich muss sagen, das was bisher hier so, was ich hier bisher so gesehen habe, war jetzt nicht unbedingt, Ich sag mal so, der absolute Hammer. Aber ich, was war denn das? Achso, das war so ein Ding. Aber ich weiß, dass es hier mehr gibt, als das, was wir bisher gesehen haben. Wir müssen es nur entdecken. Und wenn wir es entdecken, Leute, glaubt mir, wird es episch. Hm, da jetzt reinfallen ist doof. Ich habe für den allergrößten Notfall ja einen Feuerresistenzdrang dabei. Das heißt, wir sind dann nicht sofort am Arsch. So, hallo. Irre Spinnen. Kann es sein, dass hier irgendwo ein Minenschacht ist? Einer dieser neuen Minenschächte zu finden, wäre schon sehr cool. Mir kreisen gerade so ein bisschen die Gedanken in den Kopf, ob ich nicht vielleicht doch hätte ein bisschen mehr von diesen Geodensachen mitnehmen sollen, weil die sind ja schon cool, ne? Möchte ich nicht lügen. Oh, diese kleinen Lichtspender hier nehme ich natürlich mit. Wenn sie voll sind, dann geht die Schere auch direkt in die Lava. Also, halt, weil ich sie danach dann wirklich nicht mehr brauche. Oh, die Kohle ist alle. Naja, nicht ganz, zum Glück. Ich habe ja hier einen Block of Coal dabei. Genau für diesen Fall der Fälle, falls der eintreten sollte. So. Kannst du gleich wieder mitkommen. Ich brauche die Fackeln hier wieder. Und wir haben hier wieder Diamanten. Alles klar. Ist das wieder nur ein einziger? Wow, ernsthaft? Ist das etwa dein Ernstspiel? Das kann doch nicht dein Ernst sein, Spiel. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Kann ich? Warte, Moment. Ich probiere das jetzt mal aus. Ich habe Knochen dabei. Also, ich kann die auf jeden Fall dran sitzen. Was passiert denn, wenn ich die jetzt mit Bohnenmehl bearbeite? Ich kann die tatsächlich vermehren. Mit Bohnenmehl. Okay, dann machen wir jetzt folgendes. Ich nehme das Bohnenmehl hier natürlich wieder mit. Dann brauche ich eben noch meine Enderchest. Dann packe ich das Zeug jetzt hier schon mal rein. Eigentlich kann ich die Schleimbälle da auch schon wieder reintun. Das Bohnenmehl kann da schon mal mit. Ich kann ja auch schon mal den Redstone-Stack schon mal ein bisschen leer machen. So. Okay, so weit, so gut. Aber wir haben schon echt viel gesammelt bisher. Wir sind zwar noch nicht voll, aber so langsam nähern wir uns dem. Und dann wird es Zeit, mal so ein temporäres Lager mal aufzustellen vielleicht. Weil zurückgehen ist aktuell keine Option. Dafür sind wir erst mal zu weit weg. Also ich, klar, ich könnte jetzt zurückfahren, aber... Ich meine, das würde jetzt so ein bisschen die Mut killen. Glaube ich. Also nur damit ich das jetzt mal weiß, ne? Diamanten hier unten. Hier ist nochmal was. Aber... Im Grunde, also diese Rule of Thumb ist wohl, dass hier ganz weit unten Diamanten nur in einzelnen Stücken generieren. Zumindest ist das das, wie ich das bisher beobachtet habe. Das möge vielleicht anders sein, aber... Im Moment ist das auf jeden Fall meine Annahme. So, also langsam gerate ich jetzt hier doch einen Sackgassen. Ich mach hier mal, ne? So. Okay. Ich muss jetzt mal gucken. Wo waren wir denn noch nicht lang gewesen hier? Ich hatte da oben irgendwo was gesehen, wo ich gesagt habe, da will ich hin. Wo war das? War das hier oben? Ne. So, irgendwo hier oben. Das Gold nehme ich natürlich wieder mit. Wo war dieser Lava-Pool? Leute, wo war das? Ich bin doof. Ich habe vergessen. Hier wollte ich auch noch lang, ne? Vielleicht komme ich ja irgendwie hier dann darunter zu diesem Pool oder so. Mal sehen. Hm. Das hier jetzt noch nicht... Hier ist es nicht so sonderlich spannend, muss ich ja zugeben. Da sehe ich wieder Gold. Okay, da ist nochmal Redstone. Gehen wir mal gucken. Aber... Uh. Hi. Der Bewacher des Redstones, Leute. Der Creeper. So. Nehmen wir mal ein bisschen mehr Rambo hier. Weil noch hat uns bisher nichts weiter runtergeschlagen als auf 8 Herzen. Das sage ich dann. Und wenn ich dann einmal zu viel Rambo mache, haben wir auf einmal nur noch eins. Sehe ich schon kommen. So, aber ich glaube, es wird langsam mal Zeit, dass ich mich wieder so ein bisschen Richtung nach oben begebe. Dass ich so ein bisschen mehr Freiraum gebe für diese riesigen Höhlengebilde. Da würde ich mal sagen, begebe ich mich dann so... Aha. Hier unten wollte ich diese große Lava-Geschichte. Ich wollte halt auch mal hier diese weiße schon Bescheid großen Höhlen finden. Deswegen, nachdem ich hier durch bin, wenn es hier danach nichts Spektakuläres mehr gibt, werde ich mal schauen, dass ich mich wieder so ein bisschen Richtung... Weiß nicht, so Ebene... Minus 20 oder so ungefähr begebe. Da könnte was runterfallen. Wenn der Creeper runterfällt, wäre nicht so geil. Aber ich glaube, da fällt er noch in die Lava. So, jetzt kann ich einmal... Oh, es ist viel Gravel, jetzt muss ich... Ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, ich muss es tun. Ich muss es tun. Rams. So, das hat auch was freigelegt. Aber da oben war ich, glaube ich, auch schon. Ich glaube, von da habe ich runtergeguckt. Kann es sein? Kann es denn sein? Es ist ein bisschen sehr dunkel. Ich mache mal Lichter hier. Wie gesagt, Fackeln. Ob es irgendwann mal eine bessere Alternative zu Fackeln gibt? Okay, hier ist auch Ende. Dann... Holz ist fast leer. Aber ich habe auch noch an extra Holz gedacht. Keine Sorge. Ich bin vorbereitet. Ich gehe mal nach da oben. Gucken. Ich glaube, das wird zu uns jetzt einfach mal liegen. Ganz ehrlich. Ah, wir sind wieder hier. Alles klar. Sehr gut. Guck ich mal, dass ich mich wieder so ein bisschen nach oben kämpfe. Ich will jetzt noch nicht raus. Ich will halt nur ein bisschen... mehr... mehr... das... die Generierung offen stehen lassen. Deswegen würde ich mal sagen, ich versuche mich mal so auf minus... 10... so 0, minus 10 mal hoch zu kämpfen. So, das war hier wieder mal ein bisschen mehr interessante Generation kriegen. Statt dass wir jetzt hier nur in diesen... die Dark Caves die ganze Zeit rumeiern. Hier waren die Endermänner. War hier noch eine Fairy? Nee, war hier nicht. Okay, hier war auch nichts mehr. So, hier sind wir so auf minus 20. So, hier wollte ich jetzt wieder hin, dass wir so ein bisschen auch Lush Caves wieder kriegen und so weiter. Mal gucken, dass ich mich irgendwie... manövriere, dass es hoch geht. Hier geht es definitiv nicht hoch. Aber hier war ich auch schon. Ich glaube, ich bin mir im Kreis gelaufen. Scheiße. Hm. Ich glaube, es wird Zeit, sich mal ein bisschen hochzubuddeln und so. Weil den Weg, den originalen Weg nach oben werde ich wahrscheinlich nicht mehr finden. Gehen wir mal ein bisschen... auf die altmodische Art und Weise. Und zwar... nach oben buddeln oder stripminen. Diese Musik macht mich gerade wahnsinnig. Okay, bei 25. Ich fange mal so bei 10, minus 10 mal an. Gerade aus, mal ein bisschen in die Richtung zu graben und zu gucken, ob es dann da normal weiter geht. So, das ist echt dunkel hier, ne? Eigentlich bräuchte ich doch die Fackeln wieder im Slot. Statt dem Schild. Minus 13. Drei noch hoch. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier haben wir schon mal Gold gefunden. Sehr schön. So, ich hoffe, ich finde hier irgendwo jetzt mal... noch mal ne Höhle. Da nicht, da auch nicht. Nö. Ich finde Gravel. Naja, super. Das habe ich gesucht. Danke auch, Spiel. So, Redstone. Komm, ich möchte hier irgendwo jetzt eine Höhle finden. Ich höre aber auch gar nichts. Also, das klingt alles wirklich sehr, sehr tot. Ich höre aber noch mal das Schild noch erstmal. Ich lasse jetzt immer noch mal das Schild. Weil man weiß ja nie. Man weiß ja nie, was so passieren kann. Ich höre auch keine Geräusche oder so. Aha. Hier waren wir schon. Hieran erinnere ich mich. Das ist auch nicht zu lange her. Aber diese Büsche hier, kann das denn, dass die neu gewachsen sind? Scheinbar, ne? Ja, hier war auf jeden Fall dieser... Lush Cave. Da geht es aber wieder runter. Ich möchte halt irgendwie jetzt mal was finden, wo es mal wieder hoch geht. Ich grabe mich hier mal in die Richtung vom Wasser. Vielleicht ist ja hier irgendwo so ein Anfang von so einer... ...gigantischen Höhle. Jetzt wäre so eine Höhle, wo Wasser ist, mal richtig geil. Tatsächlich. Das wäre jetzt richtig cool. Hier ist das Wasser nicht. Wo ist das Wasser? Wo ist das Leim? Wo ist das Leim? Wo ist das Wasser? Wo ist das Wasser? Da oben ist, glaube ich, ein bisschen Höhle, ne? Sieht zumindest so aus. Ja. Aha. Hier ist das Wasser auch. Guck an. Oh nein. Kupfer. Ich habe dich nicht vermisst. Nicht so richtig. Das war klar, dass Kupfer das erste wieder sein wird, wo wir voll werden. Das war fast schon so klar. Ei, 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 ei. So, Kupfer, Lapis, äh, Gold von mir aus, Kupfer, Eisen. Eisen habe ich fast gar keins mehr gefunden. Ähm, der Crafting-Tisch, der kann wieder mit und das Tuff, das kann mal raus. Das brauche ich nicht. Gut. Das passt soweit. Hier ist Ende, ne? Hier ist wieder Ende. Alles klar. Hier sind wir noch mal minus acht. Ich grabe mich hier mal irgendwie nochmal in die Seiten rein. Ja, das Tuff, das lässt sich zumindest ziemlich schön und geschmeidig abbauen. Hier, aber ich sehe und höre wieder nix. Ja, das ist irgendwie schade. Wenn ich jetzt so eine Piste mitnehmen könnte, weil da könnte ich jetzt nämlich mir so ein X-Ray machen für Höhlen, glaube ich. Nein, mache ich natürlich nicht, aber ich meine, es wäre eine Möglichkeit. Könnte mir sogar auch eine craften. Wäre generell mal interessant zu wissen, ob das überhaupt noch funktioniert. Aber ich will jetzt auch nicht Risiko laufen, mich deswegen umzubringen, ehrlich gesagt. Deswegen lasse ich das gleich mal lieber bleiben. Aber ich kriege ja ab und zu mal so... Hier so Flashes, wenn ich zur Seite gucke von... So Sachen. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie schießen will oder so, sondern... Einfach nur legitim mir dabei helfen, hier so ein paar Höhlen zu finden. Anscheinend ist irgendwo hier an der Seite was... Zumindest laut diesen... Erscheinungen. Aha. Ach, das ist hier wieder. Hier ist so ein Fisch sogar gestorben. Und hier ist ein Axolotl. Ja, geil. Die guten alten Axolotls. Für die wollte ich auch noch so ein Ding bauen, ne? Auch so ein Aquarium bauen. Wann waren wir denn hier? Das ist, glaube ich, noch in einer der letzten... Zwei, drei Erfolgen gewesen. Hier ist auch noch ein Weg, der nicht erkundet ist. Hier lang. Machen wir mal hier weiter. Ich versuche mich jetzt so ein bisschen in der Mitte zu halten. Von Deep Slate und Stein. Um so ein bisschen... Hier tropft es raus. Warum tropft es hier raus? Hier ist so ein... Hier ist so ein... Ist das einfach nur so ein einzelner Water Cave? Kann man gar nicht sagen, weil ich sehe so viel. Hm. Wann ist aber nur Wasser gegeben zu haben. Hier ist irgendwie ein... Material... Eisen. So, hier haben wir jetzt auch wieder einen normalen Stein. Das heißt, wir sind jetzt so bei minus drei. Wir sind genau bei null sogar. Den Screenshot wollte ich gar nicht machen. Geht es hier ganz sicher nicht noch irgendwo weiter? Hier drunter vielleicht? Nö. Okay, aber es kann sein, dass wir hier in der Nähe tatsächlich auf so Wasserhöhlen stoßen. Das könnte tatsächlich sehr interessant werden. Okay. Hier hatte ich irgendwie... Wieso haben ich hier so viele Fakern in dieser Zeit irgendwas markiert? So vergesslich, ne? Ich bin wieder im Kreis gelaufen. Bravo gemacht. Das hast du super gemacht. Aber das Kreislaufen hat mich zumindest zu Eisen gebracht. Und zu Redstone. Und zu noch was anderem. Ne, das ist auch Redstone. Okay. Okay. Ja, ich versuche gerade... Hier sind wir wieder auf minus acht. Wo war denn das, wo die... Hier, diese Dripstones und so weiter. Genau. Guck mal, hier. Hier waren wir, glaube ich, noch zu Folge 200 unterwegs. Das sieht hier nämlich alles sehr bekannt aus. Wenn auch unbekannt. Genau, erst mal zwei Creeper. Okay, ich hatte nicht ganz aufgeladen. So, hier bin ich zumindest schon mal sicher vor potenziell fallenden Suizidal-Gefährden. Gefährdeten. Also, ich meine die Creeper. Natürlich. Und auch andere Viecher könnten das sein. Okay, hier scheint jetzt aber erstmal nichts interessantes zu sein, außer ein bisschen Eisen. Also, dann gehe ich in der nächsten Folge mal über die Schlucht nochmal ein bisschen zurück und gucke mal da, was noch so abgeht. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt nicht so sonderlich viel entdeckt, wie ich entdecken wollte, aber wir machen Fortschritt. Wir kommen hier so langsam, ja, dahin, wo wir so hinwollen, so ungefähr. Und ich denke, wir werden noch einiges an Stuff finden. Ich weiß, das werde ich jetzt die nächsten drei Folgen bestimmt auch sagen, während ich wieder nur durch irgendwelche Deep Slate Caves laufe. Es tut mir leid, aber ich gebe mein Bestes, glaubt mir. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und dann sehen wir uns wie immer beim nächsten Mal wieder. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.